Moin! Wo sind wir gerade? Wir sind gerade im geilen Fischrestaurant hier in Wismar. Natürlich trinken wir wieder schönes Rostocker Bier, was richtig geil ist, Leute. Ihr glaubt gar nicht, wie der schmeckt. Hier ist so ein leichter Wind. Hallo. Hallo. Ist das ein kleine Bier? Ja, das bin ich, bitte. Frisch gebraut hier im Hafen. Alter, sind wir da? Ja, wir sind da. Geil. Schönes Zimmer. Hafenrundfahrt. Jetzt machen wir einen Hafenrundfahrt. Und Bier trinken. Moin. Ja, ja, ja. choß. Groß, ne? Guten Tag, schönen Nachmittag, meine Damen, meine Herren, hallo Kines, möchte ich nochmal im Namen der Reederei Adelschippel unter Besatzung recht herzlichen Beutel begrüßen und Ihnen eine angenehme Rundfahrt wünschen. Moin. Bist geflogen oder was? Na ist geil? Richtig geil! Wo muss man lang? Da langs! Was ist da denn? Siehst du sie links? Ja natürlich! Siehst du sie rechts? Ja! Da krieg ich ja Angst bei! Überkippt sich allerdings! Ja! Ja! Das ist die wichtigste Straße von Bismarck. Die ist nämlich der Grund dafür, dass Bismarck gebaut wurde. Und zwar fahren wir jetzt auf die Vier Baltica. Das ist die heutige Suche gewesen. Ja! 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 Ja!